Wie viel Mal hast du schon da gesessen, auf dem Boden, ganz alleine? Du hast dich gefragt, wieso gerade alles so viel ist und wieso es irgendwie nicht weitergeht. Warum all die anderen Menschen anscheinend viel besser klarkommen mit ihrem Leben als du. Bist du auf dem richtigen Weg oder überhaupt nicht? Manchmal hat es dich so nervös gemacht, dass du am liebsten einfach ausgerastet wärst. Einfach mal Dinge zerschlagen und einfach schreien, weil die Last gerade zu groß ist. Du bist ins Bett gegangen und hast dich gefragt, ob du das so alles richtig und gut machst. Oder ob all die anderen vielleicht viel besser dran sind, als du es gerade bist. Ob sie ihren Weg besser gehen, als du ihn gehst. Wieso vergleichen wir uns überhaupt ständig mit den anderen? Ich meine, wir sind die anderen und wieso ist uns das so wichtig? Kein Mensch geht seinen Weg besser als du, weil man Wege nicht vergleichen kann. Jeder Mensch geht einfach seinen Weg und das in seinem Tempo. Geh einfach mal raus und mach ein paar Schritte. Genieß die Sonne und schau dir das Wasser an, wie es einfach fließt. Beobachte Tiere und Menschen, wie sie einfach sind, wie sie sind. Du bist so weit gekommen in deinem Leben bisher und du sitzt jetzt da und du kannst stolz auf dich sein. Setz dich vor den Spiegel hin und mir auf dich zufrieden, denn du bist gut, genau so du bist. Spiegel hin und schau dir das Wasser an, wie sie sind.